Miau. Willkommen zurück zu Soma. What? Was war das denn? Was war das denn? Wovon habe ich gerade Energie verloren? Hallo? Das ist aber nicht nett. ... ihn so zu reduzieren. Alter, warum habe ich jetzt Schaden gekriegt? Das check ich gerade nicht. Das ärgert mich auch ziemlich, weil wir jetzt so scheiße sehen. Ich bin in Sektor RD-4. Ja, wir sind sicher. Aber Sie müssen gehen. Sie werden herausfinden, wo wir sind und kommen für uns. Keine Worte. Die Stärken sind blockiert und ich habe den Elevator geholfen. Ich habe den Connectorchip in den Glocken. Fine. Das bedeutet, dass Sie auch stuck sind. Tja, Warne und Alice waren wohl nicht nur bekannte. Okay, wir brauchen immer noch den Verbindungschip. Für das andere Ding, da brauchen wir auch noch was, glaube ich. Kann ich mich da nochmal heilen? Das wäre super. Aber es ist jetzt zu, ne? Ach, es ist anstrengend, wenn wir nur so sehen. Also... Das Versteckspielen mit dem Vieh ist echt nicht angenehm gerade. Ich frage es, ob das geht, wenn da kein Chip drin ist. Das muss jetzt doch schon der Trick gewesen sein fürs Erste. Okay. 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 Hier waren wir noch gar nicht. Heilung! Nee, doch nicht. Dürfte es auch hier draußen rum oder nur da drinnen? Fragen über Fragen? Was ist das überhaupt? Lass mich mal raten, hier hinten ist einfach gar nichts für uns. Supergeil. Ich will nicht da mit dem Vieh rumlaufen. Das war jetzt gerade einfach weg. So, irgendwie waren wir jetzt mal überall. Waren wir doch bei ihm da drin? Ne, das waren wir nicht. Das hier ist one, oder? Ja, der gute Brendan. Nein, ich will da den Chip. Ich will echt nicht wissen, was hier so alles abgegangen ist. Gut, es geht ja eigentlich immer noch ab, ne? Das muss man mal dazu sagen. Es ist so, als wäre es hier für uns gerade angenehmer. Toll, er hat geladen. Das heißt bestimmt was Gutes. Fickt euch. Oh Gott. Ganz ehrlich, jeder, der hier schon tot ist, hat es besser als wir. Wobei One, glaube ich, ganz tot war dann jetzt, ne? Ich meine, die hier ja nicht so. Das ist ein ganz fieser Trickspiel. Du lockst mich jetzt hier in die hellen Räume. Als ob da irgendwas Gutes bei rauskommen würde. Okay, warum jetzt der Herzschlag? Warum jetzt der Herzschlag? Warum jetzt der Herzschlag? Wir sind tot, wir sind sowas von tot. Das ist tot. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Darum gibt es eigentlich immer kein Türgeräusch, wenn die reinkommen. Okay, er hat jetzt den Verbindungschip. Aber was bringt mir das denn jetzt? Ich konnte das auch vorher schon machen. Was ich brauche, sind doch jetzt mal hier die Zugänge zum Aufzug oder zum Treppenhaus. Na, nicht schon wieder. Ich bin hier gerade beschäftigt. Monster. Ich gehe woanders hin. Ich verstehe gar nicht, was ich hier tun soll. Okay, ihr Lieben. Ich muss mal ein bisschen brainstormen, was ich mit den Türen da mache. Ich habe gerade überhaupt keinen Plan. Eine kann ich immer verschließen, aber ich meine, warum? Wir waren da jetzt theoretisch überall mal rumgelaufen. Ich habe gerade noch nicht so den Plan. Ich hoffe, morgen habe ich ihn, wenn ihr wieder einschaltet. Und es ist echt mies, dass hier das Licht aus ist. Ich finde es nicht schön. Aber dann müssen wir durch. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Hinterlasst doch ein paar Kommis und seid doch morgen wieder mit dabei bei Soma. Ciao, ciao.